Heute in vier Wochen am 3. Oktober 2014 veranstaltet unser Verein Liberale Zukunft Deutschland e.V. in Kassel einen Freiheitstag. Das ist eine Tagung, ein Treffen für alle an liberaler Politik Interessierten, egal aus welcher Partei oder nicht Partei, die über die Zukunft liberaler oder freiheitlicher Politik in Deutschland diskutieren möchten. Zu diesem Treffen laden wir weiterhin herzlich ein und bitten mit diesem Aufruf jetzt auch um eine kleine finanzielle Unterstützung. Zwar hat unser Verein noch nicht die Anerkennung als gemeinnütziger Verein und kann Ihnen deswegen noch keine Spendenquittung ausstellen, die Sie dann steuerlich absetzen können. Aber trotzdem bitten wir darum und denke, Sie haben Verständnis, dass wir gerade am Anfang unseres Engagements einen gewissen Finanzbedarf haben. Die Vorbereitung einer solchen Veranstaltung kostet eben einiges Geld und Durchführung. Und die Nachbereitung, die dann auch mit Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel einer kleinen Broschüre, die wir versenden wollen, unterstützt werden soll, kostet auch Geld. Wenn Sie also unsere Initiative unterstützen möchten, dann spenden Sie für die genannten Zwecke einen kleinen oder nicht so kleinen Betrag an liberale Zukunft Deutschland e.V. Verwendungszweck Freiheitstag und die IBAN-Nummer, die setze ich aber später unter das Video auch noch da unter, damit Sie kopieren können. Wir bedanken uns für jede Unterstützung und sei es nur darin, dass Sie jetzt dieses Video weiterleiten, um Interessierte darauf aufmerksam zu machen und freuen uns sehr, wenn wir Sie am 3. Oktober 2014 zu unserem Freiheitstag in Kassel begrüßen können.